Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wohl eine der mega cutesten Eyeshadow Paletten ever für euch. Und zwar die Nomad Harajuku Eyeshadow Palette. Ich habe es englisch ausgesprochen, weil Nomad eine US-amerikanische Marke ist. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Let's go! Dieses Packaging ist so mega cute. Es ist einfach perfekt das Thema getroffen. All diese süßen Kawaii, Bunnies, Katzen, Sterne, whatsoever. Es ist einfach so cute. I love this Packaging. Und das hier ist nur die Umverpackung hinten, was ich mega mega cool finde. Hier, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann, aber darunter sind die japanischen Schriftzeichen, wie die Töne heißen. In der Palette sind sie auf Englisch bzw. in den Buchstaben, die wir alle lesen können. Und als ich das Paket aufgemacht habe, waren hier auch noch zwei Karten drin. Einmal Nomad mit so ein paar Paletten und so ein bisschen Informationen über die Firma, was ich auch ganz cool finde. Weil so Firmen sind für einen selber selten sehr, sehr greifbar. Und dadurch, dass sie sich so ein bisschen vorstellen und ein bisschen von sich erzählen, machen sie sich auf jeden Fall für jede Person da draußen erfahrbarer, nahbarer. Und was ich wirklich mega mega cute fand, diese Karte war noch mit dabei. Das ist eine Postkarte. Es war zwar schon die ersten drei Zeilen vorgedruckt, aber unten drunter haben die handschriftlich was drunter geschrieben. Einfach nur Thank you and enjoy Harajuku. Ich finde es mega cool. Und dann natürlich noch die Namen der beiden. Und es gab auch noch diese Tube dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Foundation-Probe ist. Ein Eyeshadow Primer. Ich habe keine Ahnung. Sie ist komplett schwarz. Es steht nur Nomad und NYC drauf. Und ansonsten ist da einfach zero Information. Ich kann das Ganze auf jeden Fall mal swatchen, weil ich habe echt keine Ahnung, was das sein könnte. Sieht halt aus wie Foundation, Concealer oder halt ein Eyeshadow Primer. I don't know. Es ist relativ peachy, pinky. Also für mich auf jeden Fall zu dunkel als Foundation definitiv. Ich weiß nicht, wer das als Eyeshadow Primer verwenden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. I don't know. Ich finde es zwar cool, dass da was mit beigeschickt wurde, aber ja. Ich habe echt keine Ahnung, was das sein kann. Ah! Oh, und es ist definitiv parfümiert. Aber Leute, das Herzstück ist natürlich die Palette und es hat genau dasselbe Qtipackaging wie diese Papp-Umverpackung. Und hold your breath. Da fliegt ein Plastikzettel runter auf den Boden. Who cares? Wow! That's so colorful! I love this! Was ich hier dran mega cool finde, die oberen fünf Farben sind matt. Die in der Mitte sind Satin Finish und die unten sind komplette Glittertöne. Ich war da noch nicht mit den Fingern drin, weil eigentlich, ich möchte die gar nicht benutzen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann. Die haben alle so cute Neko-Faces eingestanzt. Einfach nur mega, mega schön. Und ich sehe gerade auf der Rückseite, es ist cruelty-free und vegan. Also ich finde das Design einfach nur mega, mega schön. Auch, dass oben alles matt ist. Weil so kann man sich dann einfach vorarbeiten. Man weiß genau, die obere Reihe ist matt. Die darunter Satin Finish und unten sind Glittertöne. Und da weiß man auf jeden Fall sofort, aha, ja, der Ton ist matt. Nicht so wie in vielen anderen Paletten. Einfach so drei matte Töne. Dann kommt mal ein Glitterton, dann kommt ein metallischer Ton. Dann kommen wieder zwei matte Töne, dann kommt ein Satin Finish, dann kommt wieder ein matter Ton und daneben wieder ein Glitterton. Also so ganz merkwürdig angeordnet oder so. Ne, das finde ich hieran eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich habe keine andere Palette, wo das so aufgegriffen wurde. Reihe für Reihe immer ein unterschiedliches Finish. Ich würde sagen, wir fangen an, einen Look damit zu schminken. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, was. Ich mache jetzt mal was, was für mich eigentlich komplett untypisch ist. Ich werde Visual K nehmen, den dunkelgrauen, schwarzen Ton und den in meine Lidfalte geben. Hat auf jeden Fall sehr viel Kickback in der Palette. Und ist pigmentiert. Halb. Das wird jetzt sehr schwer. Dunkle Töne finde ich sowieso generell sehr schwer. Aber bisher lässt er sich eigentlich gut verblenden. Aber das war keine Fehlentscheidung, dass ich sofort mit dem dunklen Ton reingehe. Mit den Resten vom Pinsel gehe ich auch an den unteren Wimpernkrant. Sieht zwar voll aus wie so ein Panda-Auge. Dafür, dass ich so dunkelgraue, schwarze Töne überhaupt nicht mag, lässt er sich jetzt super gut verblenden. Also dafür, dass ich so dunkelgraue, schwarze Töne eigentlich überhaupt nicht mag, lässt er sich jetzt sehr einfach verarbeiten. Und als nächstes werde ich in den matten, lilanen Ton gehen. Takenoko Tsoku. Und werde damit das schwarze ein bisschen ausblenden. Diese Palette lag übrigens vom 5. Juli an beim Zoll. Danach gab es keine Informationen mehr. Vorher gab es immer Informationen, ja, das Paket ist da und da und da und da und da und da und dann gab es gar keine Informationen mehr. Und heute ist es angekommen. In meiner E-Mail steht zur Zeit immer noch, es würde beim Zoll liegen. Aber ja, ich bin so froh, dass die Palette so bei mir angekommen ist, ohne dass ich zum Zoll hinfahren musste. Und dann werde ich jetzt eine Cut-Crease machen. Und ich werde dazu jetzt einfach mal dieses Zeug hier verwenden. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber für mein Gesicht so wird es mir zu dunkel sein. Also verwende ich es jetzt einfach dafür. Also die Cut-Crease hat mit diesem Zeug hier echt gut geklappt. Wenn es nachher nicht anfängt zu creasen wie Sau, werde ich das auf jeden Fall als Eye-Primer verwenden. Jetzt möchte ich den Ton Lolita, diesen pinken Satin-Finish-Ton, hinten auf meinem Ring auftupfen. Dazu nehme ich einen flachen Pinsel und hoffe, dass das gut hält. Es hält zwar, aber ich probiere es mal mit angefeuchtetem Pinsel. Angefeuchtet klappt es definitiv etwas besser. Hat zwar immer noch nicht so den krassen extremen Effekt, aber ich finde Satin-Finish-Töne sind sowieso immer so ein bisschen schwierig. Zumindest sind es nicht meine Lieblings-Finishes an Eyeshadow. Aber trotzdem ist der Ton sehr schön und jetzt, wo der Pinsel angefeuchtet war, kommt es auch ein bisschen besser raus. Ist doch ganz schön, wenn man es ein bisschen aufbaut alles. Das Pink ziehe ich jetzt auch ein bisschen rein ins Lid. Ich nehme den Ton Naris Forever, dieser mintgrüne Satin-Finish-Ton und werde den mit dem Finger auf mein Lid auftupfen. Oha, das klappt sehr gut. So, die Satin-Finish-Töne in der zweiten Reihe würde ich jetzt mal sagen. Lieber mit dem Finger auftupfen, als sie mit dem Pinsel aufzutragen. Und was ist hier für ein Fussel am Start? Ich nehme jetzt den Ton Otaku auf einem eigentlichen Eyeliner-Pinsel angefeuchtet und werde in meiner Crease eine Linie ziehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das irgendwie sichtbar wird. Ich sehe auf jeden Fall diesen krassen blauen Duochrome-Stift. Pink. Oh, wenn ich meinen Kopf ganz weit nach hinten mache, sehe ich auch ein bisschen pink. Das finde ich mit dem Duochrome immer ein bisschen schwierig. Man sieht meistens immer nur so eine Farbe. Hier im Fettchen sieht man eine Farbe. Und wenn man es dann aufträgt, sieht man vielleicht die andere Farbe oder die Farbe im Fettchen. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie gut meine Kamera das einfangen möchte kann whatsoever. Wenn das mit der Kamera Mist ist, versuche ich jetzt hier Fotos einzublenden, damit ihr das auf jeden Fall auch sehen könnt, weil ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Nur man muss ein bisschen aufpassen, Glitter-Fallout, weil hier unten die Töne sind wirklich grobe Glitzer-Töne. Oha, Mann, das sieht so schön aus, wenn das Licht da drauf kommt. Kamera, bitte, bitte, bitte fang das ein. Also ich habe echt keine Ahnung, wie gut das gerade da rüber kommt, aber ich finde, das sieht so mega schön aus, wenn das Licht da drauf fällt. Wow. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen von dem Ton Moshi Moshi, dem grünen Duochrome, der hat auch wieder ein Duochrome ins Bläuliche hinein, auf die Mitte meines Liedes geben. Das mache ich jetzt aber mal mit dem Finger. Oha, also dieser grüne Ton über diesen Mintgrünen, weil es ja so ein Duochrome ins Blaue hat, das sieht richtig schön aus. Das hat jetzt zwar nicht so den krassen Bam-Effekt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel was Weißes machen würde oder was Helleres. Für den unteren Mippenkranz nehme ich jetzt nochmal ein bisschen von Takenoko Tsuku und in den Innenwinkel gebe ich auch nochmal den Ton Otaku. Also dieser Ton Otaku, der schimmert mega, mega schön im Innenwinkel. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch Lashes aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fazit zu der Palette. So, es könnte sein, dass der Wimpernkleber an einigen Stellen noch trocknet, also falls ihr weiße Stellen seht, wisst ihr Bescheid. Mein Fazit zu dieser Palette, ich finde sie mega cute vom Design her. Sie hat super schöne Farben drin. Allerdings, wer seine Alltagspalette heiß und innig liebt, für den ist diese Palette absolut gar nichts. Denn alltägliche Looks mit diesen Farben ist dezent schwierig. Wie schon am Anfang erwähnt, finde ich die Aufteilung mega gut. Matt, Satin Finish und Glitzer. Das Thema Harajuku greift die Palette auf jeden Fall auf. Ich war zwar noch nie dort, aber ich weiß, Harajuku ist extrem bunt, extrem ausgefallen und das ist diese Palette auch. Die matten Farben ließen sich sehr gut auftragen und sehr gut ausblenden, vor allen Dingen bei dem Schwarz. Ich wollte halt eine schwierige Farbe nehmen, um zu gucken, wie die Palette so performt, weil wenn die schwierigen Farben gut performen, dann performen die einfachen Farben auch gut. und Schwarz schien für mich hier die schwierigste Farbe beziehungsweise dunkelgrau. Es ist kein richtiger Schwarz. Es ließ sich gut aufbauen. Ich hatte kein Fallout bei den mattentönen, was ich sehr gut finde, weil gerade bei Schwarz wäre ärgerlich gewesen. Satin Finish lässt sich auch gut mitarbeiten. Entweder man tufft es direkt mit dem Finger aufs Lid, dann ist es richtig, richtig krass. Vor allen Dingen bei dem mintgrünen Ton, wie man es gesehen hat. Ansonsten würde ich bei dem Satin Finish wirklich empfehlen, den Pinsel anzufeuchten. Ich für mich muss gestehen, ich bin nicht der allergrößte Satin Finish Fan. Ich mag es entweder metallisch, glitzer oder matt. Das sind so die drei Dinge, die ich gerne mag. Aber Satin Finish fällt für mich so ein bisschen raus, weil ich es meistens sehr schwierig finde. Aber bei dieser Palette, wenn die anderen Satin Finish Farben auch so sind, wie der mintgrüne, wenn ich die mit dem Finger auftupfe, dann habe ich damit kein Problem. Ich habe Paletten, selbst wenn ich da den Satin Finish, mit dem Finger auftupfe, funktioniert gar nicht. Aber hier, der mit grünem Ton hat es auf jeden Fall getan. Der pinke Ton hat es getan, indem ich den Pinsel angefeuchtet habe, weil wenn man so einen pinken Wing da hinten machen möchte, schwierig, das mit dem Finger aufzuzupfen. Glitzertöne hier unten lassen sich auch sehr, sehr gut auftragen, aber auch wieder am besten mit einem angefeuchteten Pinsel. Und Glitzertöne Glitter Fallout. Glitzertöne haben immer Fallout. Ich meine, das war jetzt nicht so extrem schlimm. Ich habe ja hauptsächlich Otaku benutzt und Moshi Moshi. Moshi Moshi habe ich mit dem Finger aufgetragen, da hatte ich kein Glitter Fallout. Und bei Otaku war das Glitter Fallout so grobkörnig, dass ich es einfach mit dem Finger so mal eben wegmachen konnte. Nomad Cosmetics hat auch viele, viele andere Paletten. Und falls die hier nichts für euch ist, es gibt garantiert noch andere schöne Paletten dort. Also die Formulierung der Mattentöne ist mega, mega gut. Sie haben zwar Kickback in der Palette, erinnert mich so ein bisschen an Anastasia Beverly Hills. Die lassen sich auch super gut verblenden, aber hat halt immer Kickback in der Palette. Also Anastasia-Paletten krümeln doch relativ stark. Und die hier ist so ähnlich. Aber formulierungstechnisch von den Lidyschatten, sie lassen sich sehr, sehr gut verarbeiten. Sie sind alle pigmentiert. Mega, mega schöne Finishes da drin. Also ich für meinen Teil, ich hatte keine Meinung zu Nomad Cosmetics. Ich bin nicht enttäuscht von dieser Palette, im Gegenteil. Ich finde es mega, dass die Töne da unten alle Duochromes sind. Die Mattentöne finde ich mega, mega schön. Satin-Finish-Töne lassen sich sehr gut mit dem Finger auftragen. Also ich bin ehrlich gesagt begeistert, weil ich es ein bisschen schade finde, dass fünf Satin-Finish-Töne da drin sind, weil Satin-Finish ist einfach nicht mein Lieblingsfinish. Es ist so, ich kann es nicht leugnen. Aber ich kann halt dennoch mit dem Satin-Finish arbeiten. Darüber bin ich sehr froh, denn als ich da reinguckt habe, habe ich gesagt, oh, fünf Satin-Finish-Töne. Aber sie lassen sich gut verarbeiten, zumindest mit dem Finger. Also mit dem Finger wird, glaube ich, meine präferierte Auftragweise sein, wenn ich diese Töne benutzen möchte. Falls es das Deutsch war, ich hoffe es. Aber für alle, die die Harajuku-Fans sind, Japan lieben, bunte Lidschatten lieben, für die ist die Palette auf jeden Fall etwas. Die Qualität ist super, das Design ist super. Das Einzige, was man sich bei dieser Palette wirklich vielleicht überlegen sollte, ist, kann ich mit den bunten Farben, die da drin sind, arbeiten? Gefallen sie mir? Stehen sie mir? Das wäre, glaube ich, das, worauf ich bei dieser Palette achten würde. Wenn ihr jetzt gar kein Fan seid von den matten Farben hier oben, also ihr mögt kein Grau, ihr mögt kein Mintgrün, kein Gelb, kein Lila und kein Orange, dann würde ich sagen, ihr braucht die Palette nicht, weil normalerweise baut man einen Look mit matten Farben auf und wenn euch da von oben keiner zusagt, holt euch die Palette nicht. Ansonsten, wenn ihr die Farben schön findet, go for it. Und wenn ihr euch die Palette holt, stellt euch hier darauf ein, dass ihr vielleicht so drei bis vier Wochen warten müsst, bis die Palette bei euch ankommt. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr könnt, ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren, ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Ciao.